Ein kluges Mädchen küsst, aber liebt nicht, hört zu. Aber glaubt nicht und verlässt, bevor sie verlassen wird. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Frauen sind wie Teebeutel. Erst wenn du sie ins heiße Wasser wirfst. Weißt du, wie stark sie sind? Ich denke. Also bin ich. Nie hat ein Dichter die Natur so frei ausgelegt. Wie ein Jurist die Wirklichkeit. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich. Dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren findet, der ihn versteht. Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei Licht, seinen Charakter im Dunkeln. Danke fürs Zuschauen. Das guidst du bei Licht. Untertitelung des ZDF, 2020